Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt einen eigenen Discord-Server, den könnt ihr gerne joinen, dann können wir zusammen spielen und uns verständigen dabei. Er heißt TabersterArmy, genauso wie der Club in Brawl Stars. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr joinen würdet. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.